Das hab ich doch gespürt. Wir passen doch auch gut zusammen. Ich hab dir drei Nachrichten auf Facebook hinterlassen. Ich hab dich zweimal angerufen. Ich hab dir vier SMS-Geschichten dir gestern gemailt. Was ist denn? Warum antwortest du denn nicht? Was hab ich denn falsch gemacht, dass du dich jetzt plötzlich nicht mehr meldest? Vielleicht kann ich das ja ändern. Mich ändern. Sag doch mal, das war doch schön mit uns. Und du hast gesagt, du gehst abends nach der Arbeit immer gern in Konzerte neuer, experimenteller Musik. Um deine Hörgewohnheiten radikal zu erweitern. Und ich geh doch auch gern abends nach der Arbeit in Konzerte neuer, experimenteller Musik, um meine Hörgewohnheiten radikal zu erweitern. Dann können wir doch zusammen abends nach der Arbeit in Konzerte um neuer, experimenteller Musik gehen, um unsere Hörgewohnheiten gemeinsam radikal zu erweitern. Das ist doch toll! Freudig, froh, fleißig, fröhlich, freundlich, verantwortungsbewusst, treu, ernsthaft, verständnisvoll, stark von Konkurrenzdenken geprägt, meiner Stärken und Schwächen bewusst. Welche Aussagen treffen auf sie zu? Ich fühle mich oft von Sachen überfordert. Ich hinterlasse mein Zimmer oft in Unterauern. Meine Beiträge heben oft das Gesprächslob, und ich werde nur mein Freund, ich würde gegrossen werden, auf körperliche Schöne, ich wank andere Personen in der Gapf, und überhaupt nicht schade. Ich lasse meine Mutter an anderen Leuten aus. Wie oft hat sie in den 11 Monaten so gefühlt? Opfer von Tränen. Wir treffen uns auf die Wintheg оно in der Bestattung. Was ist sie in mir für происходит? Wir treffen uns an der Bestattung. Wir masterj allegations für die Wolfs��de an. Wir müssen in unserer En Way wieder zeigen, gleicher Bindungsstand. Kompromisse schließen. Welche Aktivitäten und Interesse verfolgen sie? Rufs automatically.